Moin Moin, hier aus Göttingen. Mich hat gerade der E2 nach Göttingen gebracht, gezogen von 146,521, ehemals von Connex. Heute geht es nach Nordhausen, viel Spaß dabei. Es ist gut, es ist gut. Nächster Halt Alle auf der Linie RB83 in Kassel Hauptbahnhof haben in Eichenberg jetzt mal die Möglichkeit, in den anderen Zugteilen zu steigen. Bitte beachten Sie dazu auch die Zugzielanzeigen der einzelnen Zugteile. Bitte achten Sie auf den Spalt zwischen Fahrzeug und Bahnsteigkante. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020